Das war's für heute. Jetzt war's fest! Du kriegst Ochs mit mir jetzt, ja? Ich komm schon. Astrid, hey! Astrid, hey! Hey, ihr könnt oder ich? Hast du das Bier noch geschlachtet? Was siehst du, wie sie da werden schlachtet? Herr! Herr! Ist mein Sohn hier? Jetzt bekommt er Prüfung. Oh, ein Kerl ist nur den Stamm. Herr, schieb! Nein, schlacht! Nein, aufhören! Herr! Ich versuche dich! Herr! 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 Ich nicht! Du lecker! Ich nicht! Du lecker! Ich nicht! Was ist jetzt? Mama, Papa, Hilfe! Herr Gütten! Was ist denn mit der Gütten? Herr Gütten! Nein! Schaut! An der steilsten Wandgräpper, der Herr Gütten! Herr Gütten! Mama, er trägt sie, wie man ein Pferd trägt! Hoffentlich bricht ich dir das Genick! Herr! Herr, pass auf! Ich fordere seinen Nebel, dies braut auf! Ich lasse dich niemals zu! Herr Gütten! Komm her! Oh Gott! Ach, Ingrid, geh doch weg von mir! Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ja, aber es geht nicht das an! Oh, diese Pleite! Herr, der Teufel hole alle Weiber! Außer einer! Wer ist sie? Du! Nicht! Wer bin ich? Jetzt geh doch zurück, wo du hergekommen bist! Oh, liebe, liebe Mühe! Herr Brautraub! Du hast mich entführt und jetzt willst du mich sitzen lassen! Was hast du zu bieten? Hm? Den Hegstatthof! Und andere sein! Hast du das Gesangbuch in einem Tüchlein geschlagen? Ja! Ich hab dich falsch erworben! Mit Himmel und See und Fjell und Schrollen! Der Himmel und Nebel in die Tüchlein geschlagen! Und der Werksee verleitet in die Tüchlein schaden! Die Fjellin lieb! Die Rohren lieb! Die Sturz und die Trauze! Und gar die Menschen! Das Mord von dir auch! Herr! 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 Was hat er geschrien? Betreut? Oder Zwerg? Nicht zu sehen in dem... Scheiße! Scheiße! Herr! 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 Was ist denn möglich? Das ist mein Sohn! Er hätte nichts gekonnt als Lügen und Drohnen! Er hätte sein Maul seine einzige Kraft! Er hätte noch nie was Rechtes geschafft! Ja, was soll man da? Weinen? Oder lachen? Wollen wir zwei oder was mitzumachen? Denn wie du bist? Trank mein Mann! Vor ihm zu Kerl und stellte Torhalten an! Das Geld, das flog hinaus, mehr und mehr ging es um die Klänge. Derweil sind wir zwei denn da eingesessen und haben versucht, den Kummer zu vergessen. Den Widerstand leisten, das Gott nicht nie rennt. Ja, im Schicksal ist Augenschau, das ist kein Vergnügen. Wie will man doch auch mal seine Sorge loswerden, die böse Gedanken von Zeit zum Zweit loswerden. Der eine braucht Brandwein, der andere braucht Lügen. Na ja, na ja. Ja, na ja, na ja, na ja. Ja, na ja, na ja. Seit einigen Jahren legt es mit uns bergab, wir haben keine festen Boten mehr unternehmen. Frisches Blut können wir gebrauchen. Der Junge hat übrigens fast keine Fehler. Soweit ich sehe, ist er gesund und kräftig. Allerdings hat er nur einen Kopf. Aber meine Tochter hat ja auch nur einen. Also, du bist Prinz Pär. Ja. Und du willst meine Tochter haben? Ja, deine Tochter. Und das Reich als Zittkirch. Also schön. Das halbe Reich, das bekommst du sofort. Den Rest erst, wenn ich tot schub, das hier. Nein! Du bist nur ein, und du bist die ganze Verhandlung unglücklich, und du kommst hier mit dem Draht. Erstens, du musst mir versprechen, dass du dich um nichts verpasst, was außerhalb der Grenzen des Treureiches vor sich geht. Du bist den Tag verschlafen, grundsätzlich nichts tun, und vor allem die Augen verschließen. Ja, aber wenn ich König bin, dann ist das doch einfach. Zweiten, wie der Unterschied zwischen Trolle und Mensch. Ja, also ich sehe keinen Unterschied, soweit ich sehe. Ja, die Großtrolle wollen einen Schlachten, die kleinen Trolle wollen einen Pi, sagten, genau wie die Menschen. Wenn sie nur was denn. Schon richtig. In dem Punkt ähneln sich Trolle und Menschen. Aber ich habe nach dem Unterschied gefragt. Ich will ihn dir erklären. Draußen bei den Menschen, da heißt es Mensch, sei du selbst. Aber hier drinnen, bei uns. Wie gefällt mir das? Also, im Herr, dem ohne Furcht, was siehst du? Eine LKLZ-Kru, ein Transierer, ein Stimmbettler und ein Kürzelsauen, Ströpfen, kürzeltaktlos dazu. Das ist doch eine ungeheure Schreiterei. Das ist eine Erachtung, Geschmacklosigkeit. Diese Frau, der sich putzt, und dann steckt die die Augen auf. Aaaaaah! 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 Als Kerl, der hat das Scheiß abbekommen, aber ich muss sehen. Was für eine reizende Frau du hast. Keine trittende Sau. Oder ältere Mischung. Aaaaaah! Anstände nehme ich Abstand. Also, ich verlüpfe dich und hör zu, Prinz! Keir! Ja, du hast die Augen zum Toll, nicht wahr? Ja, du lebst dich auch schon fast wie ein Troll! Ja! 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 Und, Paul, willst du doch auch werfen? Ja! Eine Heiligstochter und ein Reich gebe ich viel. Den Schwanz, den habe ich angebunden, den kann ich aber auch wieder abbinden. Aber ein Auge wächst nicht nach. Und um ein Troll zu werden fürs ganze Leben, zu wissen, ein Zurück, ist nicht, nein. Nein, 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 nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Aaaaaah! Aaaaaah! Jetzt reicht es dir, aber du hast dich an meiner Tochter vergrüßt. Aaaaaah! Jetzt musst du es ja auch eingenommen, aber ich kann dir davon behaupten. Ja! Den Gedanken, da hast du sie besetzt. Ja, den Gedanken, da ziehe ich alle Mädchen aus. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! 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 Ja, 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 ja! Um ihr müsst doch vorzuhalten, steck mich zum Tor! Du sollst jetzt wieder stattdessen! Mutter! Scherde! Schmeiß die Gewerbe auf die Mutter! Du sollst nicht, was noch! Dann werde ich dich tragen. Sollte du schön und gute Götter, hätte ich mir das gedacht, dass du mich liebst. So, schau! Das hat mich gebaut und gezimmert. Ich bin alles wieder abweißen, weil es ist so restlich, so klein. Das ist schon rechtlich. Hier gefällt es mir. Hier kann ich abmachen. Hörst du die Stimme? Das Klaren der tiefernden Wind. Hier bin ich zu Hause. Bist du sicher? Für dein ganzes Leben? Ich habe es mir geschlossen. Ich gehe nie zu Hause. Dann zeige ich dir die Hütte. Komm! Ich soll dich beschüren. Niemals. Niemals sollst du frieren. Oh Gott! Jetzt habe ich sie gefunden. Jetzt habe ich sie gefunden. Jetzt kann das Königsschloss gebaut werden. Guten Abend, Herr Leiter. Guten Abend, wer sind Sie? Hier. Eine heilige Freundin, der Götter. Ja, das ist mir neu. Ja, als du Leithöte gebaut hast, hat sich meiner aufgebaut. Ich habe leider keine Zeit. Mutter. Mutter, du sollst nicht so sitzen und starten. Mutter. Ich rede mit dir. Mutter. Mutter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, was? In mir? Du bist hier. Na, dann hört sie ja ein bisschen. Ja. Sie ist tot, Cari. Ich bekomme Mutter ein ehrbares Begegnungslein. Ich muss zusehen, dass ich hier wegkomme. Bis zu weit, Herr. Ja. Bis zum Meer. So weit. Feel like that. Vielen Dank.